Hey, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode, in der wir heute riesige Werkbänke bauen. Mitarbeitest du aus dem Molinski? Moinski! Moin! Wir haben natürlich nicht nur riesige Werkbänke, dazu gibt es auch riesige Tools, riesige Rüstung, riesige Tiere. Grundsätzlich ist alles heute riesig. Wir machen uns zuerst eine normale Werkbank und in dieser normalen Werkbank haben wir jetzt hier das Rezept des Big Crafting Tables. Dazu brauchen wir vier normale Werkbänke, die habe ich schon, so schnell geht das. Und hier ist der dicke, die dicke Werkbank. Die ist schon vier mal vier. Das Crafting Rezept sieht dementsprechend so aus, ist ein bisschen größer. Und wenn wir hier drauf drücken, sehen wir, was wir für besondere Sachen anfertigen können. Wir können ein riesen Schwein, riesen Spitzhacke, riesen Stone Multitool, einen riesen Erdblock und einen noch größeren Crafting Table. Das waren wir am Ende, da upgraden wir noch weiter, da gibt es noch mehr Sachen. Wir beginnen, ich würde sagen, mit der Erde, oder? Lena, sag uns mal. Mit der Erde? Ja. Ja. Wir brauchen Holz. Ich habe gerade ein ganzes Holz verbraucht für diese Werkbank. Eine Schaufel. Edina macht da eine andere Taktik. Ich gehe direkt, brauchen wir da einen ganzen Stack eigentlich? Warte mal, wie viel Erde? Oh, schwer zu sagen. Nee, das ist safe nicht, vier. Na doch, acht mal acht könnte es schon sein. Lass mal gucken, wie viel ist denn das hier? Drei. Es ist fünf mal fünf. Fünf und zwanzig. Habe ich gleich. Wir können einen riesigen Dreckblock gleich machen, Edina. Oh, hier ist ein Wasserschaden. 23, 24, 25. So, zack. Und wir gehen einmal komplett runter für das Giant Dirt. Wo können wir das platzieren, Edina? Ähm. Hier ist kein Platz, ey. Hier ist ein guter Platz. Ja, ja, da ist Platz. Bam. Alter. Ein Dreckhaus. Ein Dreckhaus. Da ist eine Kiste drin. Da ist eine Kiste drin. Ein Dreckschwert. Was kann das? Diese Dreckschwert ist ein Kiste drin. Wir testen es am Willi. Oh. Es macht alles zu Gras. Oder zu Erde. What? Gut. Nee, Gras. Es macht alles zu Gras. Ist eigentlich sehr OP, oder? Macht halt alles One-Hit. Stimmt. Mach mal den Eisengrolem. Der war ja auch irgendwo. Ja, aber dann droppt der kein Eisen, Edina, denke ich, oder? Ah, doch. Vielleicht doch. Vielleicht doch. Wo ist er denn? Hier, hier. Müssen wir mal testen, ob der jetzt trotzdem Eisen droppt. Nee, schade. Mann, oh. Hätten wir vielleicht doch gebraucht, aber egal. So, dann würde ich sagen, machen wir mal eine Axt. Nehmen mal unsere beiden Bergbänke mit und gehen mal nach unten, denn wir brauchen ja ein bisschen mehr Holz, ey. Ich hoffe, ich kann die abbauen. Wir werden es gleich herausfinden. Ja. Let's go. Kleine Bergbank, größere Bergbank. So. Wir wollen die Spitzhacke craften. Dazu brauchen wir ein bisschen Bretter, ein bisschen Stigos. Okay. Okay, äh, zack und dann zack, 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 zack. Das sollte reichen. Bumm. Jawohl. Riesiger Holzspitz. Du kannst das übrigens auch craften, Edina. Ja, nee. Ich halte mich zurück. Spare Ressourcen. Alter, aua. Ich mach dich zur Erde. Geht das? Warte, lass mich kurz essen. Ansonsten sterbe ich hier, glaube ich. Edina, wenn du zur Erde bist, bist du so oder so. Gut. Wollen wir es mal testen? Mhm. Du bist weg. Nee, du bist bei mir Erde. Kannst du jetzt rumlaufen? Du bist bei mir unsichtbar. Du bist bei mir Erde. Guck hier. Höh? Siehst du das? Ja. Ich bin ein Geist geworden. Du bist bei mir auch unsichtbar. Ich bin ein Geist. Ich bin Doktor Erde. Hahaha. So, wir haben jetzt hier die Holzspitzhacke. Die kann dreimal, dreimal, nee. Oh, lappisch. Zweimal, dreimal, dreimal. Nee. Das ist irgendwie ganz komisch. Ich weiß nicht, wie viel wir abbauen können. Wir können dann bestimmt was abbauen. Jetzt sollten wir auch genug Steine haben, um das Multitool craften zu können. Ah, da brauchen wir jedes Tool. Okay. Kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Wir benötigen eine Steinspitzhacke. Warte mal. Dann machen wir das mal so hier. So. Bam. So. Eine Steinachst. Eine Steinschafel. Eine Steinhocke. Ein Steinschwert. Hab ihr alles? Wir haben alles. Giant Stone Multitool. Alter. Was kann ich damit machen? Kann ich damit alles abbauen? Ui. Das macht ein noch viel größeres Loch. Kann ich damit doch angreifen? Das hat neun Damage. Also ich kann damit wahrscheinlich halt einfach alles abbauen. Holz, Stein, Dreck. Ja, das ist ein Multifusionales Doing. Ja, ich kann Monster angreifen. Aber da müsste ich doch... Warte mal. Ich dachte, ich kann so ein Riesenfeld machen. Das auch geht. Öh. Okay. Ist stark. Ist stark. Den Baum schnappen wir uns mal noch. Aber wozu dann? Die Hacker hat ja gar keine Funktion. Vergessen. Wollte vergessen. Mach mal das Schwein. Ah, da war uns so angreifen. Kann er safe auch. Siehste? Gott, der hatte zwei Kinder, Elina. Oh nein. Oh Gott. Oh, schnell weg. Wir waren es nicht. So, bigger crafting. Ach nö, wir haben das Riesenschwein noch. Ey, zum Glück haben wir das Schwein gerade gekillt. Haben wir... Hast du das Fleisch mitgenommen, oder was? Yeah, hier. War das genug? Weiß nicht. War zwei Stück? Das war gar kein Fall genug, Elina. Wie brauchen wir denn? Ähm, wir brauchen acht. Aber noch ein Schwein. Ab zu den Kindern. Elina, pass auf, wie Profis das machen. Oh, wow. Krank, ne, krank, 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 krank. Wupp, wupp, wupp. Riesenschwein. Boah, das ist riesig. Das ist ja überriesig. Ja. Was kann das? Ach, das sind Lebewesen, oder wie? Mach es rein. Ja. Oh, man kann es rein. Oh, man kann es rein, Ben. Alter, das ist unser Fazit. Ey, da müssen wir eigentlich zwei... Ey, lass zwei craften. Über OP. So, jetzt haben wir drei. Ey, mein ganzes Inventar ist voll mit Stangen. So. Zack. So. Da kommen sie mal her, Herr Riesenschwein. Ne, wenn wir mal das sind, das sind, das sind. Ah. Ein Stack gebratenes Fleisch. Oh. Hat sich irgendwie nicht gelohnt. Naja. Boah. Aber das sieht langsam aus. Aber das ist schnell, glaube ich, oder? Ja. Wir machen hier Fast Traveling. Okay. Jetzt machen wir die nächste Werkbank. Die Werkbankkammer abgeschlossen. Wir haben alles gecraftet. Ab zur nächsten, dann brauchen wir drei, fünf, zehn, vierzehn, ne, 16, siebzehn Werkpänke, wenn ich jetzt nicht dürfte. Bigger Crafting Table. Wir haben keine Crafts mehr. Wir haben es durchgespielt. Ja, das ist ja richtig. Also ich habe den ja, ich war gerade kurz verwirrt, aber ich habe den ja auch. Boah, guck mal. Boah. 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 Was haben wir da denn? Alter, Hilfe. Drück das mal an, Elina. Ja, Moment, ich muss kurz von meinem... Giant Blaze, Giant Iron Multitool, Giant Multi Armor, Giant X-Rare. Boah. Töger, das ist ja komplett krank alles. Puh, ich habe die sehr schwierige Aufgabe erledigt, Glas herzustellen. Stark, Elina, stark. So, brauchen wir noch was? Ich muss mir jetzt so voll die Kack-Tools machen, weil mein Multitool-Bruch gegangen ist. Damit ich irgendwas abbauen kann, ey. Eisen, geben sie mal ran. Wir brauchen halt auch noch eine Ender-Perle. Das wäre komplett geil, wenn der die droppen würde. Oh. Uh. Uh. Oh, ja. PvP-Meister Benson. Und was tot. Eisenspitzhacke. So, haben wir am Start. Dann können wir jetzt Redstone abbauen. Wir brauchen gar nicht so viel. Aber ich denke, acht reichen nicht. Da gehen wir da hinten nochmal hin. Ich denke aber auf den Boden. Nee, Decke. Okay. Ich sage, wir bauen uns mit... Wir brauchen neun. Wir brauchen neun. Oh, echt? Ich habe genau acht. Wie kacke. Der berühmte Oktobräter. Drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Nice, Elina. Nice, 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 nice. X-Ray. Ein mir fehlt Glas. Jawohl. Bitte. Giant X-Ray. Click, right click, a block to use. Okay, gut. Wir rechtsklicken mal einen Block. Ah. Siehst du das auch? Nein. Okay. Kannst du auch mal benutzen. Ach, das ist riesig. Oh. Das hat aber eine ganz kleine Durability. Echt? Hm. Guck dir das mal an. Äh. Elina. What a fun. Boah, jetzt? Ich habe schon lange nicht mehr gegossen, Elina. Kriegst du hin, Ben? Ich glaube, ich glaube, ich bin Liebe. Sagst du? Sagst du kriege ich hin? Eins, zwei, drei, vier. Zack. Mhm. Zack. Zack, zack, zack. So. Das hat schon mal nicht, also ... Nee, das hat nicht geklappt. Nee, es hat schon geklappt. Ja, es war ein schlechter Seher. Ja, ja. So, wo war das jetzt, Elina? Das war, denke ich, hier, ne? Ja, hätte ich auch gesagt. Bin ich dabei? Jetzt nach hinten. Nein, nein, da. Sicher? 100 Prozent. Aber es ist an das hintere Platzieren. Mhm. No risk. Oh. Das ist doch ein Mannschaftsexperte. Teamwork einfach. Teamwork ist the dream work. Oh. Das hat ein technisches Problem. Ja, das lag aber nicht an uns. Das liegt einfach nicht an Minecraft. Ja, da haben wir ein Problem. Hä, wir haben es richtig gemacht. Safe. Ja, ich auch der Meinung. Siehste, perfekt. Haben wir doch. Alles gut. Wir brauchen halt jetzt Blaze Rods, ne? Das ist halt das Wichtige, ne? Ah, das brauchen wir auch jede Menge. Guckt mal, wir craften zuerst die Giant Blaze. Die kannst du fliegen, vermutlich. Aber unabhängig davon, droppt die wahrscheinlich auch Blaze Rods. Und dann können wir die ganzen Sachen hier craften. That is geil, 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 geil. Geile Meile. So, das heißt, wir brauchen einen Lava-Eimer, Lina. Das heißt, ich gehe nochmal. Ja, wir können eigentlich beten. Warte, lass die mal. Ja, lass die, lass das mal außerhalb machen. Das ist mir jetzt zu wild. So, dann parke ich hier mal. Dass ich bei der Riesenwerkbank zerquetscht bin. Ich parke hier mal das Wasser. Lina, ich habe hier zu tun in der Ernte. Giant Blaze. Ja, oh Gott. Die hat die Tür. Die hat die Tür. Ah. Ah. Huh. Ja, ho, 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 ho. Das ist schon geil. Wir müssen die aber killen. Wir brauchen die Blaze Rods. Let's. Ey, die greift an. Nein, das war ein Skelett. Das war nur ein Skelett hinter dir. Nee, nee, die hat mich angewiesen. Das lohnt mir. Oh. Alter, okay. Blaze Rods, gar kein Problem mehr. Okay, direkt zum nächsten Crafting. Da fehlt uns ein Eisenschwert und eine Eisenachs. Hast du ein bisschen Eisen hier? Ja. Damit sollten wir alles haben. Für. Nein. Was fehlt denn? Vielleicht nimmt er das nicht, weil die Axt gedamaged ist. Das habe ich auf jeden Fall. Das habe ich, das habe ich. Ja, safe liegt das daran. Ich kann mal testen. Aber ich habe die Axt gar nicht gemusst. Ich habe keinen Barren, keinen Barren. Mir fehlt ein Eisenbarren. Hier. Warte, ich habe noch ein Rohreisen. Ich habe einen Ofen hier irgendwo. Doch nicht. Warum Blöffel? Immer noch nicht. Benson. Zack. 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 Hä, doch. Nimm das doch dumm. Giant Iron Multitore. Right Click to use Fire Ability. Mach mal. Habe ich. Ist nichts passiert. Mach mal auf den Boden. Mach mal in den Luft. Oh. Hier baut man mit Rechts Click ab. Ey, guck mal, wie viel Kupfer. Das multipliziert die Drops. Kann das sein? Nee, ich glaube, Kupfer ist einfach keine rare Ware. Dias. Dias, ich will Dias. Doch, safe. Ich habe 26 Eisen da draus bekommen, Edina. Okay. Vielleicht doch. Dias. Dias. Ja, richtig viele. Wie viel, wie viel. Sechs. 20. 26. Noch mehr. Das multipliziert Dias. Ich sage einfach sechs. Ach, das hast du random gesagt. Oh, pass auf, Bad Rock, Bad Rock. Also, ich dachte, du hast sechs in einem Tag. Nein, ich habe sechs auch in einem Tag, aber ich ging so voll davon aus, dass es die komplette Anzahl war. Boah, der lässt einfach den Dier hier liegen. Ja, ich kann die nicht abbauen. Wer den Dier nicht ehrt, ist den Tal auch nicht wert. Ich habe keine Eisenpickel mehr. Du hast doch die ganze Zeit der Eisenpickel. Ja, aber dann baue ich doch tausend Blöcke direkt ab und fall runter. Und, no risk, no fun. Ja, wir haben es, Deckel Diamante. Warum machen wir überhaupt noch weiter? Ich habe nur 31. Tu 31er. Lina, du hast da einen Auftrag für das letzte Tool. Okay. Wir brauchen eine Feder. Also, ja, ich hasse auch schon eine Feder. Wir brauchen scheiße viel Eisen. Das heißt, wir machen hier mal Hälfte, Hälfte im Duo-Bräter. Oktobräter können wir easy machen. Sagst du? Ja, aber easy. Dann platziere Oktobräter, Lina. Let's go. Äh, hast du eine normale Werkbank oder so? Äh, ja. Ich glaube, du kannst aber auch normale Sachen, die sind fetten Werkbanken-Craft, ne? Oh ja, das geht sogar wirklich. So, ich musste eine ganze Reihe frei machen. Ihr kennt den Move. Kennt den Trick. So. Acht. So, haben wir diesen hier. Zack. Bam. 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 So, das gleiche machen wir mit der Kohli. Da macht wieder den Profitrick nicht. Habe ich direkt gesehen, aber das ist nicht so wild. Äh, was für Profitrick? Ja, den Profitrick, wie man das auf den Oktobräter aufteilt alles. Mach ich doch gerade. Weiß ich nicht. Boah, was ist das Wissen? Die anderen haben zwei. Hast du X-Ray in mein Inventar gemacht oder was? Ja, 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 ja. Äh, da brauchen wir, äh, also einmal eine fulle Rüstung. Das heißt, äh. Mach den, mach den Rüstungstrick. Ich mach den Triple Crofter, die nach Bach. Ja, ja. So. Und gleich hat er fünf Schuhe. Hahaha. Giant Multi Armor, guck mal. Zeige mal. Uuuuh. Wahrscheinlich rechts klicken, oder? Richtig cool. Oh. Boah, alles verzaubert. Ich hab eine full verzauberte Schutz-2-Rüstung bekommen, die aber, superjumpen kann. Warte mal. Oh. Ja, okay, weiß ich jetzt nicht, ob das ein superjump ist. Ach, Spur. Ja. Ist schon hoch. Piu. Ist, also, das Problem ist, ich hab halt einen Stack Dias. Also, ich weiß nicht, was ich damit soll, ehrlich gesagt. Diorüstung. Ist besser als eine Schutz-2-Eisenrüstung. Also, von dem her. Egal, wir machen den noch fetteren Crafting-Table. Dazu benötigen wir Arschviel Holz. Seckt 62 Werkbänke. Wir gehen zum Giant-Crafting-Tank. Uh, uh, uh. Der ist schon, der ist schon wirklich riesig. Platzieren wir den. Der braucht ein bisschen Platz. Schaut aus wie so eine Weißwurst, ne? Sieht aus wie so ein bayerisches Zelt oder so. Weißwurst. Wie sie schnett, ey. Okay. Uh. Was denn? Das sieht ja brutal geil aus. Ey, den kann man sogar machen. Zack, gemacht. Ha. Guck mal dir, was ich gecraftet hab. Ja, ich bin hinter dir. Guck dir das an. Boah. Ein Diamant-Apfel. Giant-Diamant-Äppel. Boah. Giant-Apfel. Gott, die macht... Ach, da müssen wir ans End, ne? Äh. Was denn? Ja, wir brauchen bemooste Steinziegel. Ah. Mega-Crafting-Table und Big Chungos. Da brauchen wir vier Ender. Chungos? Ja, der heißt so. Da brauchen wir aber auch krank, Edina. Krank. Wir brauchen auf jeden Fall Karotten. Wir brauchen eigentlich nur Karotten. Ein Kaninchenfell. Und vier Ender-Auch. Also Ender-Auch. So, dann lassen wir mal die Karotten hier wachsen. Zack, 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 zack. Das sollten jetzt eigentlich genug sein. Aber wir machen mal Sicherheitshalte. Wir haben nochmal einen. So, und nochmal einen. So. Jetzt haben wir... Jetzt können wir eigentlich eins schon machen, denke ich. Weil wir brauchen nur goldene Karotten. Und Gold haben wir ja... Hast du einen Öfen mitgenommen, Elina? Ich habe acht Öfen mitgenommen. Für den Sagen und Wohnen. Oktobreter. Eins, zwei. Ups. Elina, aber auch noch einen ist gut. Hast du auch Kohle? Ja, na sicher. Droppen wir... Ach, warte mal. Vielleicht droppen die ja mehr, wenn ich sie mit dem Multitool-Killing. Hast du dir das mal überlegt? Nee, bin dumm. Ja, machen sie. Jaha. Sechs änder werden. Big Chungus. Der ist gar nicht so big. Also gut, für den Hasen. Juhu. Der ist aber schnell. Lass ihn uns töten. Nein. Oh Mann. Elina, der hat nicht mal was gedroppt. Ja, deswegen habe ich gesagt, nein. Ja, wir mussten es ja testen. Hallo. Ja, dieses Giant Mosey Bricks, Alter. Das ist es, ey. Das ist... Boah, Puchen. Ja, der Dschungel war hier doch irgendwo. Ich bin doch jetzt nicht blöd, oder? Nee, nee, hier war es safe im Dschungel. Das habe ich auch am Anfang gesehen. Aber wo das genau war... So, wie geht das dir jetzt? So und so, oder was? Oh, das habe ich auch noch nie bei dem gecraftet, bin ich ehrlich. So. Zack. Drei, vier. Sechzehn, siebzehn, achtzehn. Zwacken brauchen wir noch vier, Redina. Noch vier. Ich habe vier. Ich habe genau vier. Du musst, oder? Oh nein, ja. Geil. Ach, trotzdem noch welche. Trotzdem, Mann. So, wir haben den Giant Mosey. Da bringt uns bestimmt zum... Ey, da ist bestimmt irgendwie ein Ent drin oder so. Pass mal auf. Öh. Das ist ein Slime-Gwee? Ihhh. Das war's. Was? Wow, damit kann man mega hoch springen. Ja, aber ich dachte, das bringt uns zum Ent. Nee. Ist da noch mehr drunter? Nö. 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 Das sollte nicht auf den Baum landen. Hä? Das ist anders enttäuschend, die Elina, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß. Sechsen, drei. Schmidt die Elinas. Heute sind wir bei 52. Reicht das? Jawohl. Ja. Oh. Ach, das ist jedes Mal verschwindet. Das ist auch verwirrend. Mega Crafting Table. Mega. Oh, das ist so riesig. Das passt dir nicht hin. Anscheinend, ja. Oh. Okay, das erklärt doch, warum ich das Ding nicht platzieren konnte. Junge, das ist ja absolut riesig, hä? Oh. Giant Dragon Cannon. Ich habe mich kaum noch... Oh. Ich kann jetzt sagen, dass meine Rüstung das kann. Ich esse den Great Diamond Apple. Ähm. Hm? Hat er... Oh, du bist komplett aus Diamanten. Ah, der gibt mir Rüstung. Rüstung. Das ist ja geil. Ah, und der hat mein Tool zu Diamant aufgewertet. Cool. Das ist schon geil. So, Enderpär in Hammer. Die Nerven gerade ein bisschen rum. So, das war mal Endstein. Endstein, Endstein. Alles muss versteckt sein. Ey. Ah, ja stimmt. Wir müssen ja den Enderpärchen gar nicht besiegen. Ich war schon voll in meinem Element. Giant Dragon Cannon. Wir sind durch. You broke me. Wir haben jede Werkbank durch. Okay, da kann ich diese Schüsse machen und die explodieren. Okay. Kann ich da mit Kristalle killen? Hoffentlich. Ja. Äh. Welcher fehlt noch? Der da? Boah, die zu treffen ist wieder ein Krampf. Ja. 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 Boah, du machst so viel Schaden. Alter Schwede. Triff ihn nicht. Ich sehe ihn noch gar nicht. Der fliegt auch mal rüber. Alter, der ist Schaden. Alter. Oh, der ist tot. Der ist tot. Das war ja ein leichter Ender-Drachen-Kampf, Leute. Ich hoffe, euch hat die Aufnahme gefallen. Große Crafting-Tables. Link zur Mod von Wisp in der Videobeschreibung, wenn ihr die auch zocken wollt. Ich hoffe sehr, euch hat es gefallen. Flaggt euch über den Like und den Abo-Bakt. Wichtiges Abo-Domment für 2 Millionen Abonnenten. Wir sind auf dem Weg. Würde ich mich sehr, sehr freuen. Kostenlos liken, abonnieren. Bis morgen, euer Benzern. Ciao. Tschüss.